Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongunziakum von Infracta und ich bin in L.A.M.O. and The Lost Dutchman's Mine. Ja, keine Ahnung. Es scheint ein Western-Setting zu haben, vom Titel und vom Hintergrund her. Schauen wir mal, was das für ein Spiel sein soll. Spannende Musik According to the map, this is the place. Without your knowledge of the Aztecs, Jacob. Your dedication, also. The Lost Aztec Don. Just think, our names will last for all time and my family, we paid for lost time. Senor, you should return to town. The treasure can wait a few more days. No more delays, Edoardo. All right, we'll press on in your absence. Our agreements. I haven't forgotten. Keep your half of the artifact safe. For both of sakes. Come. The Lost Aztec Don. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Marrying a mail-order bride will prove to my parents that I'm a real man And to think they gave up on me after my 42nd birthday Well, this is it Boy, it's really hot I'd better find Ivana before the train leaves Wouldn't want to get stranded in the middle of nowhere I am Kevin Saloum, Ivana Hmm Hey baby, it's me But you can call me Al That's a nice name Milk, straight up You know, you remind me a bit of my mother With a lot of my family Oh my gosh, you're a man You're not from the mail-order, are you? I'm Valerie And I'm all the mail You could order Well, well If it isn't my little house Ivana, it's you Buy drink I did, but Buy me drink Oh, uh, right Um, bartender? Another one for the lady? Took me a moment, lad You're not as expected I guess I've got a few surprises up my sleeve So long as you have cash up there also Sense of humor I like it Tell me a book Where? Oh, um Uh, thing is I don't get my allowance from dad till You leave with father? Mom too Got a nice nuclear family Do you have any dishes I can clean? Spit and polish your glasses? Ivana, could you cover me this one time? No money, no good Wait Wait till I tell my Victor About the book, lad Two whiskeys, 50 cents a piece Sorry, I... I can't pay Is that right? Wow Oof My ride Wait My ride My ride My ride Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich denke, wir wissen jetzt schon mal direkt, was das für ein Spiel ist. Es ist ein Point-and-Click-Adventure und von der Optik und von der Erzählweise von unserem, naja, nennen wir ihn mal Anti-Helden ausgehend, ist das wohl eine Hommage an die alten Sierra-Adventures. Ich denke hier sofort an Leisure Sealed Larry, zumal wir hier einen gewissen Erwachsenenhumor schon mal wittern können, der wahrscheinlich häufiger mal sehr flach reinkommen wird. Unser Anti-Helden erinnert mich so ein bisschen an Woody Allen und irgendwas klickt er dann noch bei mir im Hinterkopf. Also zuerst habe ich an Larry gedacht, oder an jemand Woody Allen, aber an irgendein anderes Spiel, ah, ein bisschen an die Discworld. Der Erzähler aus dem Off und wie die Geschichte hier so ein bisschen Darkshare erinnert mich so ein bisschen an die Discworld Point-and-Click-Adventures, also nicht Discworld-Noir, sondern die ersten beiden Teile. Also hier scheint man einen Retro Oldschool Point-and-Click abliefern zu wollen. Schauen wir mal, wie es ihm gelingt, ob das klappt. Schauen wir mal, wie es ihm gelingt, ob es ihm gelingt, ob es ihm gelingt, ob es ihm gelingt. Es ist die Stabilität der Hauptbahnhof. Barrels sind die Stabilität der Stabilität, um hier zu verbrechen. Sie sind auch eine Art von unspoken Formen von Intertainment. Die Stabilität der Stabilität... Hoh! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Ah und mit der rechten Maus hast du Klickichtoption durch, ok. Das war, ist und wird immer wieder geblieben. Du hast keine Zeit. Du hast keine Angst. Du hast keine Anfragen, indem du schimmigst die Lamp-Post schimmigst. Du bist auf dem Rollen. I'm waiting for the train, still waiting for the train, it's hotter than heck, here I'm burning in vain. You think you're the first tourist to try it? It didn't happen to me. Well, well. ... die Pricks. ... 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 Ich bin jetzt mal in der Verbal Crapper, was ist dein Blöhohl? Der einzige Blöhohl, ich bin interessiert, ist die von der Anaheimung aus einer Train. Ich glaube, ich werde nicht mehr sehen, einen von ihnen für einen Zeitpunkt. Oh, keine Ahnung, ich vermisse die letzte Train von Anaheimung aus der Anaheimung? Nicht ganz, aber ich habe gehört, dass eine Woche in dieser Stadt ist ganz nahe weit entfernt. Du sagst mir, dass keine Ahnung von Anaheimung kommt für eine Woche? Hey, du gehst auf ziemlich schnell. Was soll ich tun? Ich bin hier drin. Well, es ist nicht alles schlecht. Oh, Ivana, Ivana... Du willst? Du willst was? Nein, es ist Ivana... Oh, never mind. Sounds to me like you need to unwind a bit. Do you drink? No. Smoke? No. Party? Don't know. I've never been invited to any. You like women? What's that supposed to mean? Just a question is all. Yeah, of course I like women. Well, maybe you'll find one waiting for you in this here town. That's highly doubtful. Well, maybe, maybe not. Schöner, breiter Dialekt haben sie dem gegeben. Hm. The train station houses locomotive departure and arrival time. The building is inaccessible. More accurately. It's in... Ja, okay, aber irgendwo müssen wir ja hin. Komm. Don't pull them up. Don't pull... You babble. ... ... ...